Das ist Diego Drachenzahn und heute ist sein großer Tag. Der Feuerspuckwettbewerb. Diego holt Tiefluft und spuckt. Der Feuerball fliegt durch die Drachenarena. Trifft er oder feuert er vorbei? Beweise mit Geschicklichkeit und bluff deine Drachenstärke. Spielspaß für die ganze Familie. Ausgezeichnet als Kinderspiel des Jahres. Diego Drachenzahn von Haber.